Bitcoin, das wird jetzt wichtig. Wir erwarten hier zeitnah eine größere Korrektur. Wann, wohin diese gehen kann und wie wir von dieser Trade-technisch mit unserer kostenlosen Telegram-Signale-Gruppe profitieren möchten, schauen wir uns jetzt hier alles gemeinsam in diesem Video an. Heißt wie immer, vollgepackt mit Mehrwert und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elite-Wellen-Theorie an. Dann gehen wir immer zu Beginn ganz kurz darauf ein, was hat sich überhaupt die letzten 24 Stunden am Kryptomarkt getan und gehen dann rüber in den Chart. Wie sieht es da aus, welche Levels sind jetzt interessant, wie gesagt, was erwarten wir jetzt auch ganz konkret die nächsten Stunden und Tage und schauen uns dann natürlich auch gegebenenfalls eben Levels an, die für mögliche Short- oder dann auch im Anschluss Long-Trades eben interessant werden können. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Alco zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, Bitcoin notiert hier aktuell bei den 38.170 US-Dollar, dementsprechend gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 3% im Plus. Schauen wir uns gleich im Chart an, dasselbe Spiel mit Ethereum. Hier sind es 2,5% gesehen auf die letzten 24 Stunden und hier notieren wir bei den 2060 US-Dollar. Und damit starten wir auch direkt rein auf dem Bitcoin-Chart, das Ganze hier wie gewohnt erstmal auf dem Daily-Time-Film. Für die Personen, die neu hier auf dem Kanal sind, wir gehen davon aus, dass wir seit unserem All-Time-High in einer WXYXZ-Korrektur abverkauft sind. Diese letzte Welle Z hatte hier in der 16k-Region ihre Mindestziele, demnach hatten wir auch hier unsere ersten Draw unterlegt. Und ja, demnach ist der Boden gefunden und wir zählen aktuell den nächsten Aufwärtsimpuls in Orange und der Count in Gelb, dementsprechend Orange 1 gefunden, Orange 2 im Expanding Flat gefunden und kommen jetzt hoch aktuell in unserer Orange 3. Da beginnen hier die Mindest-Targets-Wolgegemerkt bei den 76.000 US-Dollar, was eben mein neues Vorurteil für Bitcoin eben bedeuten würde. Ja, die nächsten wichtigen Levels auf dem Daily-Time-Film sind einmal nach oben raus, hier die 48.500 US-Dollar und zwar unser rotes Wellen-X-High. Das könnte sehr interessant werden, sonst nach unten raus an sich eigentlich erstmal unsere Ineffizienz. Hier in der Region 30.600 bis 30.700 US-Dollar werden wir aber gleich auf dem kleineren Teilfilm nochmal sehen, dass das definitiv ein wichtiges Level in naher Zukunft werden könnte. Bevor wir auf den 4-Stunden-Time-Film jetzt runtergehen und in die genauere Analyse einsteigen, wie immer ganz kurz noch der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signal-Cube up-to-date. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, so sehen wir die Signale aus. Wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist keine Anlageberatung, so trainen wir. Ihr könnt die Trades da machen, müsstet ihr natürlich nicht. Wir traden auf Bidget, wenn ihr euch über den Link registriert, ist auch in der Videobeschreibung. Ja, spart ihr euch im Endeffekt einfach 10% an Gebühren und habt natürlich gar keine Kursabweichungen mehr, wenn ihr hier die Signale nachtraden möchtet. Talking-News-Gruppe ebenso in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr hier den Austausch in der Community sucht oder einfach kleinere Trade-Ideen oder auch so Updates Intraday eben von unserer Seite aus nicht verpassen möchtet. Gut, jetzt gehen wir aber wirklich runter auf den 4-Stunden-Timefilm und schauen uns an, wie wir aktuell unsere Orangene 3 unterteilen. Und zwar zählen wir hier aktuell den ersten Impuls der Orangene 3, dementsprechend eigentlich die 1 der Orangene 3 und das Ganze hier dann nochmal untergeordnet in Weiß. Demnach 1, 2 bereits gefunden, 3 bereits gefunden, 4 bereits gefunden und kommen jetzt aktuell hoch in unserer weißen 5. Und da gehen wir direkt runter auf den Stundenteilfilm und schauen uns an, wie wir dann hier die 4 und die 5 aktuell nochmal unterteilen. Und zwar das Ganze hier einmal mit der 4 im Triangle, seht ihr hier in gelb, dementsprechend mit unserem rechten Low hier unsere weiße 4 gefunden und kommen aktuell hoch in unserer letzten weißen Welle 5. Das ist jetzt ein sehr bullischer Count, der uns einfach mit jeder Minute eigentlich, die wir weiterhin seitwärts laufen oder nicht weiter pushen, immer weniger gefällt. Zu unserem eigentlichen Primary kommen wir gleich. Das wäre jetzt aber hier eine sehr bullische Variante, dementsprechend hätten wir hier eine 1 und eine 2 eben bereits ausgebaut und kommen aktuell hoch in der Orangene 3. Da beginnen hier die Targets bei den 41.500 US-Zollern. Auf dem kleineren Time-Film, da gehen wir jetzt aber nicht genau drauf ein, sind hier nochmal zwei One-Two's versteckt, heißt das wäre schon wirklich sehr, sehr bullisch und dann müssten wir noch unbedingt im Laufe des Tages heute noch weiter nach oben pushen. Also wir wollen mal mindestens das Erreichen der 40.200 US-Zoller sehen, dann liegt Roundabout unser One-Two-One-Ratio, würden dann natürlich nur eine 4 und eine 5 erwarten, heißt wir kommen hier relativ hoch, schon kann man schon sagen, hier mit der weißen 5 dann in die Region von den 42.000 US-Zollern. Ein etwas weniger bullischer Account ist folgender und zwar, dass wir eben hier sagen, die 4 ist schon etwas früher gefunden im WX2 mit unserem linken Low hier, wo wir das 0,2 der 6 ergeldet haben und sehen jetzt aktuell ein Ending in unserer weißen Welle 5. Demnach wäre hier ein 1, 2, 3, 4 bereits gefunden und wir würden jetzt aktuell im letzten dreiteiligen Move in unsere Orange Line 3 eben hier dann nochmal hochkommen und dann erst unsere weiße 5 ausbauen. Heißt, da würden wir jetzt nicht nochmal hier in Richtung 42.000 US-Zoller gehen, sondern eher so Roundabout die 39.200 bis 39.800 US-Zoller. Denn grundsätzlich wäre eben diese Orange Line 5 nochmal dreiteilig, würden wir jetzt eben hier noch einen Impuls erwarten, dass wir hier unsere erste A, der 5 eben sehen, dann hier nochmal runterkommen in einem korrektiven Move mit der B und dann nochmal einen Impuls nach oben sehen. Deshalb können wir uns hier definitiv vorstellen, dass sich das Ganze so ausspielen wird, dass wir hier nochmal einen Fake Out nach oben kriegen, gegebenenfalls sogar hier nochmal einen Retest sehen, dass hier einige Personen eben long gehen werden, dann hier auf jeden Fall den Bereich im Blick behalten, dann geben wir hier gegebenenfalls sogar Short und schauen, dass wir eben hier von diesem Move, von der übergeordneten 2 dann eben hier profitieren. Heißt jetzt nochmal zusammengefasst, primär geben wir eigentlich hier von diesem Count aus, dass wir hier uns im Ending jetzt hier nach oben wackeln, dann würden wir uns jetzt hier nochmal ein High High erwarten, hier den ersten Inputs ausbauen, dann hier eine B runterbekommen, eine C nochmal nach oben sehen, wie gesagt Fake Out definitiv möglich und dann die 39.200 bis 39.800 US-Dollar stark im Blick behalten und wie gesagt hier können wir uns dann auch definitiv vorstellen, je nach innerer Struktur natürlich in einen Short Trade einzusteigen mit natürlich angepasstem SL, dass wir hier auf jeden Fall von beiden Szenarien profitieren können und nicht direkt in den SL laufen und dann eben hier in den Bereich 39.700 US-Dollar roundabout das Ganze dann hier eben mitzunehmen. Es gibt natürlich auch weiterhin die Option, da müssen wir auch ganz kurz darauf eingehen, dass hier bereits unser Top hinterlegt ist, dann wäre hier mit dem linken High hier unser Top bereits drin und wir kommen aktuell runter in unserer grünen 2. Ist eher unwahrscheinlich, gerade weil wir diesen Move hier aktuell ja schön impulsiv zählen können, wenn wir jetzt hier nochmal das High rausnehmen und auch gerade bei Ethereum wäre es wirklich nochmal schöner, wenn wir hier nochmal das High holen würden. Sonst aber auch hier, wenn das Ganze der Fall ist, die nächsten Targets würden wir beginnen bei den 30.900 US-Dollar. Ihr erinnert euch, hier liegt eine Ineffizienz auf dem Daily Timeframe und sonst hier wieder unser Golden Pocket im Fokus bei dem 29.360 US-Dollar. So viel eigentlich auch erstmal zu Bitcoin. Gehen wir rüber in den Ethereum-Chart und beginnen hier auch auf dem 4-Stunden-Timeframe. Natürlich hier analog auch unsere Orange mit 2 gefunden und kommen demnach hoch hier im weißen Count. 1, 2, 3, 4 gefunden und sind jetzt aktuell in der letzten weißen Welle 5. Wenn wir jetzt hier auf den Stunden-Timeframe runtergehen, sehen wir, dass wir das Ganze auch hier oder die weiße 5 auch hier eben nochmal im Ending der Regenl aktuell unterteilen würden. Demnach wäre eigentlich das selbe Spiel, die 1, 2, 3, 4 bereits entlegt und kommen aktuell hoch in unserer letzten grünen Welle 5. Würden demnach hier eigentlich fast 1, 2, 2 selber erwarten, dass wir eben hier jetzt noch unseren Impuls ausbauen, dann hier korrektiv nach unten kommen, dann nochmal einen letzten Impuls hier nach oben sehen. Hier, ja wirklich wünschenswert wäre es, wenn wir hier nochmal das High rausnehmen und dann hier die 2.160 US-Dollar touchen, was eben der nächste oder die nächste Resistenz nach oben raus wäre, dann hier unsere übergeordnete 1 auszubauen und dann erst hier nochmal ordentlich abzuverkaufen. Man kann das Ganze natürlich auch schon so counten, da gehen wir jetzt auch mal ganz kurz darauf ein, dass hier das Top hinterlegt ist. Dann gehen wir davon aus, dass wir hier aktuell ein W, X, Y eben ausbauen und dann eben mit der Y nochmal in Richtung Low, Low, Low abverkaufen und hier gar nicht erst das High holen, fänden wir aber wirklich nicht so schön. Sollte das der Fall sein, ja kann entweder wie gesagt die X hier drüben bereits drin sein oder wir kriegen jetzt die X im Triangle rein, wenn jetzt Bitcoin nicht allzu stark anzieht und wir jetzt hier einfach eben nochmal ein bisschen seitwärts laufen, dass wir eben hier so eine Art Triangle in die X reinbekommen und dann mit der Y eben abverkaufen, während Bitcoin eben sein ABC in der 2 Korrektur macht, können wir uns schon vorstellen. Grundsätzlich wäre es aber schon schöner, wenn wir jetzt hier nochmal wirklich unser High rausnehmen in der letzten Welle 5, die 2160 US-Zoller touchen und dann erst in Richtung Low, Low abverkaufen. Hier oben gibt es auch einen sehr schönen Bereich, müssen wir mal gucken, wie gesagt, wenn wir so hoch kommen, ob wir hier in den Short-Trade einsteigen oder bei Bitcoin, um dann eben hier auf jeden Fall von diesem Move zu profitieren. Hier bei Firmbeginn die Targets bei den 1800 und 23 US-Zoller mit, Fokus statistisch gesehen auf dem Golden Pocket bei den 1745 US-Zollern. Genau, das soll das jetzt schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und einen Komi dalassen und sonst würde ich sagen, trailern erst raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Crypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.